Und bei mir im Studio begrüße ich den SPD-Politiker Rudolf Dressler. Er war Mitglied des Bundestages und auch Mitglied im Parteivorstand der SPD. Herzlich willkommen hier bei uns und die Politikwissenschaftlerin Prof. Christine Landfried. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Souverän war gerade das Stichwort von Andrea Nahles. War das ein souveräner, geschmeidiger Übergang, den Schulz und Nahles da ausgehandelt haben? Also wenn Sie selber zu der Auffassung kommen würde, ich rede im Konjunktiv, dass dieser ein überzeugender Auftritt, eine überzeugende politische Führungsangelegenheit gewesen wäre, dann tut sie mir mehr als leid. Warum? Die Steigerung von Leid entfällt mir zurzeit. Da kann man ja bald nur noch von Büttenrede sprechen. Was da passiert ist und heute offensichtlich angeblich auf Ihren Vorschlag und den Vorschlag von Schulz hin im SPD-Parteivorstand oder Präsidium eine Mehrheit zu finden, bedeutet nichts anderes als die Satzung der SPD nicht nur zu missachten, sondern sie zu brechen, dass zu einem Zeitpunkt, in dem die SPD-Juristen, die bekanntlich in einer Arbeitsgemeinschaft der SPD zusammengefasst sind, öffentlich erklärt haben, dass das ein Rechtsbruch sein würde, konjunktiv, wenn Sie es beschließen heute. Anders ausgedrückt, nach meiner Auffassung dürfen die das gar nicht beschließen. Wenn Sie es beschließen sollten, dann kann ich nur zu dem Ergebnis kommen, das Chaos, was angeblich beendet werden soll von denen, die das Chaos errichtet haben, wird weitergeführt und wir haben auch noch in den nächsten Wochen chaotische Zustände. Das heißt, wie hätte es laufen sollen aus Ihrer Sicht? Die Satzung der SPD ist ganz eindeutig. Ein Blick hinein sagt, wenn der Vorsitzende ausfällt, krank, rücktritt, dann entscheidet die Stellvertreter über die Fortführung der parteipolitischen Geschäfte. Bis zum nächsten Parteitag in diesem Falle, wenn ein neuer Vorsitzender gewählt werden muss. Das heißt, Sie hätten jetzt einen der sechs Stellvertreter nominieren müssen, der vom Parteivorstand dann kommissarisch die Geschäfte übertragen bekommt und alles würde seinen geregelten Gang gehen. Jetzt geht es weiter chaotisch. Aber, Frage an Frau Landfried, hätte das nicht ein Machtvakuum bedeutet? Wäre das nicht in Zeiten eines Koalitionsvertrags, der erst noch abgesegnet werden muss, von der SPD-Basis schwierig geworden? Nein, das wäre kein Machtvakuum gewesen. Denn es ist ja ganz klar, dass jetzt Stellvertreter da sind und dass man gewartet hätte bis zum nächsten Parteitag. Also das wäre dann irgendwie das normale Verfahren gewesen. Wir erleben jetzt, dass die SPD das wieder macht, was sie die ganze Zeit schon macht. Sie trifft erst Entscheidungen und dann gleich, sagt sie, dann zieht sie wieder zurück. Letztlich war die Entscheidung, jetzt vorzuschlagen, dass Andrea Nahles die Nachfolgerin wird von Martin Schulz, das war ja in der Kombination, dass Martin Schulz Außenminister wird. Nachdem das entfallen ist, müsste das ja auch entfallen sein. Also sie gehen sozusagen mit dem einen Teil dieser Entscheidung weiter und machen dadurch eine erneute chaotische Situation. Man hätte das jetzt wirklich so machen sollen, wie Herr Dressler sagt, einfach bis zum nächsten Parteitag warten. Inzwischen gibt es eine Stellvertreterin oder Stellvertreter und dann kann der Parteitag die neue Vorsitzende, den neuen Vorsitzenden, je nachdem, wer kandidiert, wählen. Aber so macht man im Grunde das genau weiter. Es gibt ein paar Tweets zu dieser Personaldebatte in der SPD. Den ersten, den haben wir von Kerstin Griesel, sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete aus NRW und auch im SPD-Parteivorstand. Und sie schreibt, Schluss mit dem Personalkaos, endlich wieder Inhalte ins Zentrum. Ich unterstütze Andrea Nahles. Sie kann der SPD neuen Schwung geben. Dann schreibt Matthias Grote, er ist Landrat, SPD-Landrat aus Leert. Die SPD sollte den Weg für die Urwahl des Bundesvorsitzenden in die Wege leiten, statt im Hinterzimmer den Vorsitz zu vergeben. Und Ralf Menz schreibt, das Vernünftigste, das man seit langem aus der SPD gehört hat, Flensburgs Oberbürgermeisterin Lange und ihre Kandidatur als SPD-Vorsitzende. Jetzt mal die Frage, beziehend sich auf Kerstin Grieses Tweet an Rudolf Dressler, ist Andrea Nahles denn die richtige Person an dieser Stelle im Parteivorsitz? Das wird sich erst noch erweisen müssen. Ich sehe das im Augenblick überhaupt noch nicht. Weil sie bei den ganzen Entscheidungen, die jetzt zu diesem Chaos geführt haben, in der Hauptsache beteiligt war. Also wie jemand, der in der Hauptsache Chaos mit angerichtet hat, der Garant dafür sein soll, das Chaos in Zukunft zu vermeiden, ist zumindest eine mutige These. Wer sollte es denn aus Ihrer Sicht werden? Wer wäre denn geeignet? Das ist gar nicht mein Problem heute. Wir haben sechs Stellvertreter. Und diese Stellvertreter, die werden sich in dieser Zeit beraten können, wenn einer die Geschäfte übernimmt. Wen können wir vorschlagen? Dann gibt es Landesverbände aus der SPD, Landesvorsitzenden, die ihre Interessen haben, die ihr Personal kennen und die gleichfalls sagen können, diese oder jene Person, die möchten wir gerne als Vorsitzenden sehen. Aber das, was jetzt passiert ist, bringt ja genau die These auf. Hinterzimmer, Kungelei und jetzt soll das alles von einem demokratisch gewählten Organ geschluckt werden. Und letztlich von der Mitgliedschaft. Das ist sowas von leichtfertig, finde ich. So kann man mit einer solchen Partei, die über 150 Jahre Demokratie in Deutschland mitgestaltet und mit bewirkt hat, nicht umgehen. Das geht's nicht. Frau Landfried, kommen wir mal auf die Stichwort Urwahl. Das hat Matthias Grote hier gerade noch über Twitter in den Raum geworfen. Ist das ein sinnvoller Weg für die SPD? Das muss auch die SPD in einem Verfahren entscheiden. Also es kann jetzt ja nicht sein, dass das Präsidium bestimmt, wer wird jetzt Nachfolgerin oder Nachfolger und dann wird der Parteitag das bestätigen. Also wenn man ein neues Verfahren möchte, was mehr innerparteiliche Demokratie bringt, da kann man dafür sein, da kann man dagegen sein, dann muss das ein Parteitag beschließen. Denn das bisherige Verfahren wird ja geändert. Also ich denke, im Moment sollte man auch mal überlegen, ob die SPD nicht politische Führung braucht und nicht immer weiter alles immer delegieren an Mitglieder. Man hat ja langsam den Eindruck, die Probleme werden immer größer und man hat immer mehr durcheinander und dann sollen die Mitglieder es richten. So kann es auch nicht sein. Denn in einer Partei sind ja auch die Gremien demokratisch gewählt. Und da brauchen wir auch politische Führung. Wir können nicht jede Entscheidung an die Basis zurückgeben. Herr Dressler, ist das Delegieren an Mitglieder ein Problem? Da bitte um eine kürzere Antwort. Also ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Ich bin da sehr zurückhaltend, was diese Fragen betrifft. Ich finde, das Verfahren, dass ein Parteitag sowas entscheiden muss, das ist schon eine riesige Auswahl an Menschen aus ganz Deutschland, die eine Meinungsbildung in den Ländern mit in diese Entscheidung hineinbringen. Derjenige, der jetzt nur Mitglied ist, aber auch wirklich nur, nur in Anführungszeichen gesetzt. Für den wird es nur sehr schwer bewertbar sein, auch möglich sein zu bewerten, dass die oder jene die richtige Entscheidung wäre. Wir schauen noch mal auf ein paar Tweets, die haben wir die Kollegen netterweise hier vorbereitet. Markus Kranz schreibt, Nahles passt gut zu dieser Gurkentruppe. Man muss aufpassen, was man sagt, sonst gibt es auf die Fresse. Was sie sonst noch gerne macht, stricken. Ziemlich böse. Blank Canvas schreibt, das ist in der SPD seit Monaten der Plot. Erst reden, dann denken und prüfen. Und einen haben wir noch. Baron von Agitpop schreibt, die SPD zerlegt sich und zerbricht in zwei scheinbar gleich starke Flügel. Aber keiner der Flügel hat eine Figur mit Bindekraft an der Spitze. Steht die SPD vorm Zusammenbruch, vorm Auseinanderbrechen? Vielleicht Frau Landfried zunächst? Also vielleicht Zusammenbruch wäre vielleicht sehr viel gesagt, denn immerhin hat diese Partei ja noch 20,5 Prozent der Stimmen in der letzten Bundestagswahl bekommen. Aber doch, sie ist zerrissen. Wir haben das ja bei dem Parteitag gesehen, wo darüber entschieden wurde, ob die SPD überhaupt in Koalitionsverhandlungen eintritt. Und da muss man sagen, die Mehrheit war ja sehr knapp. Und insofern kann man von einem Riss innerhalb der Partei sprechen. Dass es schon nun das Ende ist, da wäre ich vorsichtig. Und bei dem anderen, was ja da auch angesprochen wird, dass man eben immer erst mal etwas sagt und dann erst nachdenkt, das ist in der Tat zu beobachten seit der Bundestagswahl. Das war ja nicht nur einmal der Fall. Und das ist eben wirklich mangelnde politische Führung. Der weitere Punkt, der in dem zweiten Tweet, denke ich, kam das vor, war mit der Sprache. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass wir uns mal überlegen, ob wir wirklich in dieser Sprache und in dieser Art miteinander umgehen in der Politik. Denn das muss ja nicht sein. Und das bezieht sich nicht nur auf die SPD, das passiert in anderen Parteien auch, dass man doch eine Sprache wählt, die vielleicht doch nicht ganz angemessen ist. Herr Dressler, zusammenbrechen oder auseinanderbrechen, gerade das Stichwort, die SPD gibt auf jeden Fall gerade kein klares und kein geordnetes Bild ab. Wie fühlen Sie sich dabei, als SPD müde geht? Ich fühle mich, um es höflich zu sagen, sauschlecht. Mir tut das auch in gewisser Hinsicht weh, wenn Sie fast fünf Jahrzehnte in dieser Partei gearbeitet haben, 20 Jahre im Parlament gesessen haben für diese Partei und auch mit dieser Partei und vieles erlebt haben, auch vieles, was Deutschland in der Geschichte gefestigt hat, sicherer gemacht hat, mit hoher Akzeptanz, dann schmerzt das. Mein Eindruck ist, dass die SPD zurzeit in einer Identitätskrise ist und dass sie Personen braucht, die geeignet sind, diese Identitätskrise zu überwinden. Ich will eine der Stellvertreterinnen nennen, von der ich glaube, dass sie das könnte. Das ist die rheinland-fälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Sie könnte das. Ich glaube auch, dass sie die identitätsstiftende Figur wäre. Was reichnet sie aus? Warum kann sie das? Ihre Reden sind nicht Gold oder ihr Schweigen ist nicht Gold und die Reden nur Silber, sondern was sie sagt, hat Hand und Fuß. Sie ist in einem Land Ministerpräsidentin und hat dieses nach einer erfolgreichen Wahl nicht nur verteidigt, dieses Amt, sondern sie hat auch eine hohe Akzeptanz in Rheinland-Pfalz. Und diese Akzeptanz hat sich in der Partei ausgebreitet. Also ich sage ja nur, aus meiner Sicht wäre sie eine Figur, die dieses Integrative sehr wohl leisten könnte und auch die Identitätskrise mithelfen könnte zu überwinden. Ja, danke schön an Sie beiden. Die Basis, die ist auf jeden Fall sauer, die Basis der SPD und stellt sich gegen die Parteiführung. Es gibt mit Simone Lange, der Oberbürgermeisterin aus Flensburg, jetzt aber eine Gegenkandidatin um den Parteivorsitz. Die Personaldebatte innerhalb der SPD ist also in vollem Gange. Und wir haben für Sie nochmal die Argumente dazu zusammengefasst. Und wir haben für Sie nochmal die Argumente dazu gehört.